Das sollte man wissen und auch Frau wissen über die Libido bei Frauen und Männern. Die unterscheidet sich nämlich erheblich und welche Gründe dahinter stecken können und wie man das sich zunutze machen kann, das erzähle ich dir und euch in diesem Video. Zugegeben, das Thema Libido ist natürlich hochkomplex und wird durch viele, viele Dinge beeinflusst. Psychosoziale Aspekte, Partnerschaftlichkeiten, Körpergefühl, berufliche Situationen, Lebensphasen allgemein. Das können wir natürlich heute nicht alles umreißen. Was ich aber auf jeden Fall mal in den Fokus rücken möchte, sind die Hormone. Denn die Libido ist auch hormongesteuert und die Hormone steuern auch die Libido. Und das müssen wir uns heute mal angucken, denn da gibt es wirklich erhebliche Unterschiede. Und dann können wir auch gleich mal ein Klischee uns angucken, dass die Männer ja immer öfter wollen und mehr Lust haben und auch mehrfach am Tag möchten. Und dass die Frau das eben nicht möchte. Das ist ja ein Klischee, was wir alle so im Kopf haben und auch kennen. Und es stimmt. Statistisch wollen Männer öfter Geschlechtsverkehr. Und da gucken wir jetzt mal, woran das liegen könnte. Und es ist eigentlich schon eine recht simple Erklärung, wenn wir in unsere Vergangenheit gucken, und zwar ein paar Millionen Jahre voraus, bei unseren Vorfahren anfangen. Worum ging es denn? Irgendwie überleben und irgendwie auch die Art erhalten. Also sich reproduzieren. Mutter Natur hat das dann so geregelt, dass die Männer halt ein anderes Reproduktionsorgan haben und eine Art der Reproduktion als die Frauen. Denn wir Männer können binnen von wenigen Minuten, je nach Trainingssituation, 30 bis 40 Millionen Nachkommen zeugen. So viel Spermien enthält nämlich das normale männliche Ejakulat, wenn man gesund ist. 30 bis 40 Millionen innerhalb von weniger Minuten. Und nach zwei, drei Stunden hat man wieder dieselbe Anzahl an Spermien. Wir können also am Tag fast Milliarden von Menschen zeugen, theoretisch. Bei den Frauen sieht das Ganze anders aus. Die können einmal im Monat für 24 Stunden Nachkommen zeugen. Einmal im Monat für 24 Stunden. Das ist das Fenster des Eisprungs. Nur hier sind Frauen fruchtbar. Wenn wir uns jetzt überlegen, rein evolutionsbiologisch, warum sollte die Frau außerhalb von diesem fruchtbaren Fenster überhaupt Lust auf Sex haben? Macht von der Biologie und von der Evolution gar keinen Sinn. Denn in diesem Zeitraum kann sie ja gar keine Nachkommen zeugen. Männer hingegen können ja jederzeit, überall, in jeder Körperposition Nachkommen zeugen. Deswegen haben sie auch evolutionsbiologisch immer Lust auf Sex. Und das ist auch schon ein Erklärungsansatz. Und das liegt auch an den lieben Hormonen. Schauen wir uns einmal den Hormonverlauf der Frau an in Bezug auf die Libido. Da sehen wir, dass das Östrogen ansteigt und dann irgendwann auch der Eisprung ausgelöst wird in der Mitte des Zyklus. Und mit dem Östrogen kommt auch die Libido. Denn hier wird langsam klar, ich werde fruchtbar. Also hat Frau natürlich Lust auf Sex, denn sie möchte ja evolutionsbiologisch Nachkommen zeugen. Und danach fällt das Ganze wieder ab, denn das Fenster schließt sich, die Eizelle geht zugrunde, wenn sie nicht befruchtet wurde. Östrogen fällt ab und schon geht auch die Libido wieder flöten. Bei den Männern sieht so ein Hormonverlauf, der Zyklus des Mannes, ein bisschen anders aus. Wir haben auch eine Art Zyklus. Der findet aber am Tag einmal statt. Und zwar haben Männer abhängig von ihrem Testosterongehalt Libido, Gewinn oder Verlust. Bei uns Männern ist die Libido oder der Testosterongehalt im Blut morgens sehr hoch, überraschenderweise. Fällt dann zum Mittag hin ab und zum Abend hin hat es fast einen Tiefspunkt, um dann über Nacht so langsam sich wieder aufzuladen. Wir haben also hier zwei sehr diskrepante Verhaltensmuster, die uns Menschen auferlegt wurden, rein hormonell. Übrigens ist das Hormon Testosteron bei der Libido der Frau auch extrem wichtig, steigt aber proportional zum Östrogen an. Also wenn ihr ein steigendes Östrogen seht bei der Frau, könnt ihr euch auch denken, das Testosteron steigt genauso an. Das ist nämlich so eine Art Fließgleichgewicht. Bei Frauen in Wechseljahren zum Beispiel eine Besonderheit, der Testosterongehalt fällt sehr spät erst ab. Die anderen Hormone sind schon längst im Keller, Testosteron hält sich lange, weshalb Frauen in Wechseljahren gar nicht so selten mit einem absoluten Libidogewinn zu tun haben. Was bedeutet das jetzt für euch zu Hause? Zum einen habt ihr jetzt mal eine Erklärung, warum sie vielleicht nicht so oft so viel Lust hat. Dazu kommt ja, dass Frauen heutzutage Zehnkämpferinnen sind. Sie sind irgendwie Mutter, sie machen noch irgendwie einen Job, sie haben noch zu Hause was zu tun, sie müssen an viele Dinge denken und das macht natürlich auf Dauer ein bisschen müde und erschöpft. Warum auch das natürlich ein Grund ist, aber Libido, haben wir ja erwähnt, ist ein komplexes Thema. Rein hormonell macht es aber schon Sinn, dass sie vielleicht nur drei, vier Tage im Monat Lust auf Sex hat und das auch nur, wenn gerade das Umfeld gut stimmt und sie sich auch gut fühlt. Das ist nämlich der nächste Punkt. Aufgrund der Hormonschwankungen und je nachdem, was auch gerade passiert, mehr Stress führt zu Hormonschwankungen, kann dieses ganze schöne zyklische Gleichgewicht, was da so herrscht, auch durcheinander kommen. Frauen kriegen Wassereinlagerungen, fühlen sich nicht gut. Gut, das große Thema PMS, haben wir schon besprochen, kannst du dir gerne mal hier das Video angucken, extra, damit der Mann es versteht, was da los ist. Da fühlt sich Frau auch einfach nicht gut und deswegen hat sie natürlich auch weniger Lust. Wir dürfen also nicht vergessen, dass die Frauen und vor allem ihr hormoneller Zyklus hoch, hoch komplexes Gebilde ist, was viele Störfaktoren auch haben kann und was extreme Einflüsse hat auf das körperliche und auch das psychische Wohlbefinden. Wir Männer haben das so nicht. Wir haben unsere Testosteron-Peaks, die wir am Laufe des Tages einmal haben, aber sonst ist über den Monat gesehen unser Hormonniveau, wie du hier eingeblendet siehst, ziemlich langweilig und konstant. Deswegen sind wir auch von unserem körperlichen Befinden, auch unserer psychischen Verfassung relativ stabil. Wenn dich das Thema PMS gecatcht hat und du das auch nochmal verstehen möchtest, auch als Frau oder als Mann oder das Thema Periodenschmerz dir ein Rätsel aufweist, dann kannst du dir die Videos gerne mal anschauen. Die habe ich kurz und kompakt gehalten, damit auch alle es verstehen. Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.